V, du ernähst und du ernähst und du ernähst. Los geht's! Gegen welche Mannschaft hast du dein erstes Tor als Profi erzielt? Aue. B, 2017 ging es in der Relegation gegen? B, Braunschweig. C, wie heißt unser Kapitän mit Nachnamen? Kerstes. D, dein Geburtsland? Deutschland. In diesem Wettbewerb mit E hast du bisher ein Tor geschossen. Euroleague. F, gegen welchen Verein hast du deinen ersten Bundesliga-Treffer für den VfL Wolfsburg erzielt? Freiburg. G, brasilianische Vereinslegende? Grafite. H, nach der Verlobung kommt die? Heirat. Ja, richtig, Hochzeit. Hochzeit, das passt. I, welches Tier hat viele Stachel? Igel. J, wie nennt man einen Spieler, der nach seiner Einwechslung ein Tor schießt? Joker. K, dein erster Fußballverein war der SC? Kreuzau. L, französischer Gegner in der Champions League in der vergangenen Saison? Den abgestiegenen. Ach nee, Lille, sorry. Korrekt. M, dein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gabst du in welcher Stadt? Mailand. N, WM-Teilnehmer mit N? Norwegen. Sind nicht dabei? Ich glaube, die sind nicht dabei. Das ist nicht korrekt. Niederlande. O, die Mutter deiner Mutter ist deine? Oma. P, die U21 EM 2.17. Polen. Q, ein veganes Superfood mit Kuh? Quinoa. R, die 31 ist deine? Rücknummer. S, wie heißt der Trainer, unter dem du in Köln zu den Profis warst? Stöge. T, deine Schwester spielt bei? Turbine Potze. U, erster Fußballweltmeister. Ungarn? Nee, dann Uruguay. Korrekt. V, du ernähst und du ernähst. W, geboren. Bist du in? Wörselin. X, Teamkollege mit X. Zaber. Ja, nicht mehr. Das ist ausreden. Teamkollege mit X im Nachnamen. Teamkollege? Boah, ist das per... Hast du noch Zeit? Ein Teamkollege im Nachnamen? Ach, ein X im Nachnamen. X im Nachnamen. Nicht vorne, vorne. Boah, ist das aber eklig. Das ist ja der letzte Buchstabe. Sonst sagt weiter und wir kommen jetzt noch zurück. Y, wie lautet dein Vornamen? Yannick. Z, deine Stammposition. Zentrales Mittelfeld. Und dann kommen wir zu X, Teamkollege mit X im Nachnamen. Du hast noch 30 Sekunden. Okay. In der letzten Saison neu gekommen. Lacroix. Das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Wir haben zwar Asta gesucht, aber das ist richtig. Vielen Dank.